Diese fünf Amazon-Must-Haves braucht dein Hund einfach. Fangen wir mit dieser Wasserflasche an, die noch einen integrierten Napf hat. Finde ich total praktisch für lange Spaziergänge und sieht auch noch stylisch aus. Dann dieses Leuchte-Halsband ist auch super wichtig, wenn es dann mal dunkel wird. Es gibt es auch in verschiedenen Farben und fühlt sich qualitativ auch sehr hauptwärtig an. Geht's auch schon weiter mit dieser Silikonunterlage und diesen zwei Näpfen. Ich finde, das sieht alles zusammen richtig schön aus und es lässt sich mega gut reinigen. Dann noch diese Transportbox, die lässt sich ganz einfach zuklappen und hat auch noch so eine Teddy-Unterlage integriert. Und ja, super praktisch. Und diese Leckband braucht dein Hund unbedingt. und da kannst du Leberwurst, Pass oder Quark draufschmieren und dein Hund ist ganz lange damit beschäftigt. Wie, da hat's auch richtig gut gefallen.